Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Generations-Gameplay in der Staffel Star Wars Reise nach Batuu. Heute wieder in Forgotten Hollow, in einem sehr verregneten Forgotten Hollow. Aber, naja, unsere Sims sind ja gerade noch drin. Ein sehr verregneter Samstag hier in der Familie Riley. Teddy hat das Gespräch gestern ganz gut verkraftet. Sie widmet sich viel der Musik, weil das so ihre Art ist, sich auszudrücken. Ich kann wieder richtig gut reden heute. Und sie spielt hier so vor sich hin. Mehr schlechter als recht, so gut ist sie noch nicht. Ihr kleiner Bruder, die er war, hier im Bild, ist ja jetzt zum Kind geworden. Der widmet sich hier dem Klavierspiel. Und Kalia und ihre Freundin, ihre Lebensgefährtin, spielen hier gerade Konsole. Und Sisi müsste eigentlich dringend kastriert werden. Jetzt, warum denkst du an eine Rasse? Ich glaube, es geht los. Mach Sitz. Oh mein Gott, das können Katzen. Das können Katzen. Wir können ja auch einfach mal sagen, hier, ähm, Haarung ermutigen mit. Ich weiß, einige haben sich Katzenbabys gewünscht. Deswegen versuchen wir es einmal. Und wenn es nicht klappt, dann gehen wir zum Tierarzt und lassen sie sterilisieren, kastrieren, weil es ist ja eine Quälerei, wenn sie ständig rollig ist. Das wollen wir ja nicht. So, ihr musiziert hier so ganz fleißig so vor euch her. Du könntest... Ach, du hast schon wieder keine Dinger. Ach, das ist nervig hier mit diesen blöden Packs hier. Guck mal, da kannst du hier gleich mal was trinken. Das müsstest du, auch wenn du es nicht magst. Aber das lässt sich leider nicht ändern. Guck mal, hier hast du... Oh, sehr schön. Fähigkeit, wenn wir sechs auf einem Instrument erreichen. Vier Lieder schreiben. Geld verdienen mit Musik. Bin sehr gespannt, wo deine Reise hingeht. Ich habe tatsächlich schon eine Idee. Wie wir deine Story gestalten. Oh, Tanny, das ist echt... Das ist echt laut. Das ist nicht schön. Oh, dir war halt, du bist ja ganz müde. Nee, 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 du machst hier kein Chaos. Du machst hier absolut kein Chaos. Du kannst mal eben duschen gehen. Hier schön barrierefreies Bad natürlich für unseren Diabal. Und eigentlich hattest du Hunger. Du konntest Abendessen zu Abendessen Reste nehmen. Warum verstellt sich ja eigentlich mein Licht? Ja, den Katzen geht es nicht gut wegen dem Gewitter. Sag mal, wo seid ihr denn? Wo rennst du denn ganz hin? Du bist hier auf dem Tisch? Snacks, wo willst du hin? Snacks? Bist du gerade dabei, wegzulaufen? Oder bist du gerade dabei, wieder zu uns hinzulaufen? Ja, Snacks, es regnet. Hast du gut erkannt. Nein, wollen wir nicht, danke. Du konntest hier nochmal was trinken. Was trinken. Und du hast Hunger und du bist so müde. Ich habe dir aber ein paar Bilder malen lassen. Auch wenn es unrealistisch ist, deswegen löschen wir sie. Aber ich will halt das kreative Wunderkind abschließen. Weil ich dachte, wir können uns mal so ein bisschen um die Kinder bestreben. Weil das habe ich irgendwie noch nie richtig gemacht. Und leider ist bei Kreativität nichts musikalisches, sondern nur der Kreativtisch. Wir tun aber so, als hätte das was mit der Musik zu tun. Nur mit drei Spielsachen soll er spielen. Aber du musst gleich auf jeden Fall erstmal ein bisschen schlafen. Du bist nämlich super müde. Ja, Tenny, reicht. Reicht. Nee, du sollst jetzt nicht tanzen, du sollst das trinken. Auch wenn du es absolut nicht magst, das weiß ich. Aber trotzdem. Du musst dir mal überlegen, was du mit deinem Leben anfangen möchtest, Tenny. Das haben hier schon so viele Ideen. Aber ich glaube, Polizistin finde ich ziemlich cool. Kleiner nagergroßes Abenteuer. Warum? Was ist los? Was ist los, Ratty? Der nager Ratty hat dir eine Postkarte von seinem großen Abenteuer mitgebracht. Das kleine Tierchen hat einen weiten Weg zurückgelegt. Ach ja? Ach ja? Nee, noch einen trinken, Tenny. Noch einen trinken. Das sieht echt aus wie Maxim. Gerade jetzt auch mit den hellen Haaren. Oh, guck mal, hier sitzen alle beisammen. Ist das schön. Ah, 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 nein. Du räumst das auf. Du magst zwar blind sein, aber du weißt genau, wo es lang geht. Danke, Tenny. Was solltest du hier? Ja, hier kennenlernen. Ja, du kannst... Oh, Liebkosen, das ist ja süß. Oh, oh, Süßi. Ja, ähm, kennenlernen. Wo ist Kennenlernen? Hier ist Kennenlernen. Ach, ihr Süßen. Ihr Süßen. Hm, guck mal, wollen wir Anja auch mal drauf machen. Ach, es ist so schön. Ähm, ähm, ähm. Hast du eine Kamera? Nee, hast du nicht. Hier, guck mal. Du kannst doch ein Foto machen davon. Hier, geh mal... hier hin. Nein! Mach das doch mal. Ja, Süßi, ich weiß. Hier, guck mal, du kannst jetzt ein Foto machen. Du kannst jetzt ein Foto machen und dann können wir das aufhängen. Ach, ist das süß. Oh. Oh, was der Mini-Diaball. Okay, so ein Mini ist er auch nicht mehr. Ach, schön. Dann seht ihr mal, wie ich das bei dir in Fotos mache. Oh, schön. Ja, du kannst sie nochmal hier zur Paarung ermutigen. Ich glaube, damit habe ich das Schamli nicht gemacht. So, Snacksi. Ach, ihr seid so niedlich. Warum seid ihr so süß? Tschüss. Tschüss. Ach, Gott. Ja, Sissi. Ist gut. Ist gut. Wo wollen wir das Bild denn noch hinhängen? Wir haben überhaupt keinen Platz mehr für Bilder. Guck mal, da können wir das hinhängen? Oder haben wir oben noch Platz? Hier haben wir halt schon so viele Bilder aufgehangen. Guck mal, das können wir da oben drüber hängen. Und das? Oh, können wir hier hinhängen? Wie schön. Graben hinzufügen. Schwarz. Guck mal. Sehr schön. Und was macht ihr? Ihr paart euch jetzt nicht ernsthaft hier auf dem Rattenkäfig. Guck mal. Liebe. Liebe. Oh, schön. Da bin ich immer gespannt, ob das wirklich was wird. Derweil, nein. Nein, nein, nein. Komm mal ins Bett. Und Mama sagt dir gleich noch gute Nacht. Mama trinkt erst mal Tetra Pak. So, gucke mal. Nee, nicht aufwecken. Dir wollen ins Bett stecken? Geht das? Hier, komm mal. Ähm. Kalia? Da bist du. Ich habe ihr übrigens ein neues Bestreben gegeben. Ähm, Supermutter, weil sie das andere Bestreben ja erfüllt hat. Und dein Kleinkind, Kind oder dein Teenager fünfmal Maß regeln. Ich glaube nicht, dass du da so viel Maß regeln musst. Ah. Anja möchte mit Legali füttern. Das finde ich gut. Also auch beobachten und reden und Geheimnis erzählen. Am Computer informieren und über Vampire suchen. Das kannst du auch machen. Das haben wir ja hier unten. Oh, sie hat schon Level 9 der Erziehungsfähigkeit. Das ist ja cool. Vampirgeheimnisse. Noch Informationen über Vampire suchen. So, dein Töchterchen. Das ist egal, das ist ein Genie. Sie ist hier doch brav am Lernen. Wir müssen auf jeden Fall Knoblauch-Samen kaufen. Können wir das hier nicht? Knoblauch-Samen kaufen, ja. Uh. Reicht ein Päckchen? Weil dann geht es ja allen immer so kacke. Samen-Paket öffnen. Nee, okay. Dann müssen wir noch ein zweites Päckchen kaufen. Das wird denen nicht gefallen. Hier, du kannst hier mal einpflanzen, bitte. Weil wir müssen das für den Vampir-Heiltrank züchten. Und du wirst draußen wahrscheinlich sowieso nicht lange bleiben, weil es schon wieder gewittert. Warum gewittert das immer in Let's Place? Momentan in letzter Zeit ständig. Momentan in letzter Zeit ständig. Das waren drei Zeitangaben, die sich teilweise widersprechen. Das kann ich. Das kann ich. Ähm, Maurice? Wir tun so, als hätte Maurice die Knoblauch-Samen mitgebracht. Die hat er uns gerade vorbeigebracht. Das ist eine gute Erklärung. Ach so. Es stand in den Kommentaren von der letzten Folge, dass Carly eine romantische Aktion mit June hat. Aber sie kennt June nicht mal. Also scheint sie es nicht ausgeführt zu haben. Von daher, alles gut, alles gut, alles gut. Du bist hier fertig? Einen Plasma-Beutel trinken. Ja, das kannst du. Fünf Tage in Folge nicht ausgiebig trinken. Ja, das kriegst du auch hin. Ja, dann trink mal. Nox ist gestorben. Oh nö. Fand ich eigentlich ganz cool als Tauni. Wow, du hast das echt alles gemacht? Hier, das ersetzen wir mal. Das brauchst du nicht. Das brauchst du nicht. Kannst du das hier auch alles ernten? Weil dir scheint das ja überhaupt nicht zu jucken, dass es hier gerade gewittert. Ersetzen. Ersetzen. Hier kannst du mal alles ernten. Und... Ja, okay, du möchtest es gerade nicht. Das ist okay. Das ist okay. Hattest du... Jawohl, gute Nacht gesagt. Kannst du dich nicht zudecken? Jawohl, ins Bett stecken. Geht das? Wir folgen Kalia. Wir folgen Kalia. Ach süß. Ach süß. Tendi, du gehst mir so ein bisschen auf den Keks. Ja, scheinbar geht's... Anja auch gerade so. Hier wollt ihr nicht irgendwas Romantisches machen? Du und Kalia? Könnt ihr doch mal ein Technik-Mächtel machen. Hm? Vielleicht könnt ihr bei dir ja auch irgendwie mal miteinander ausgehen. So ein bisschen Zweisamkeit bekommen. Das fände ich nämlich ganz schön. Weil die dabei schläft. Tendi ist alt genug. Die bemüht sich hier jetzt. Die Pflanzen müssen eh wachsen. Von daher haben sie sich auch ein bisschen Zweisamkeit verdient, oder? Ich würde euch ja auch gerne mal so ins Restaurant schicken oder so. Aber ihr seid ja Vampire und ihr könnt das nicht. Ihr vertragt das ja nicht. Wow, ich habe es mal ein bisschen unkommentiert gespielt, weil Tendi einfach die ganze Zeit Geige gespielt hat und ich die Leute, die Sims, einfach so ein bisschen habe üben lassen und so und das war halt jetzt nicht so spannend. Und Kalia kümmert sich gerade um die Erziehung von Diawal und bringt ihm die ganze Zeit Entschuldigung bei, Verantwortung bringt sie ihm jetzt bei. Dann wird sie mal nach Schule fragen oder mal liebkosen, weil ich das so süß finde. Und hier noch mehr Erziehung. Ähm, nochmal beibringen. Nee, beibringen bitte und danke zu sagen, glaube ich. Oh süß, ich liebe euch. Ich liebe euch. Ich muss da Screenshots von machen. Das ist einfach so niedlich. Oh. Sie ist so eine tolle Mama. Und die Erziehung hat schon einiges dazugelernt. Die Konfliktlösung. Und das finde ich richtig, richtig gut. Halte Sage erzählen. Oh, ja. Und wegen vermissten Tiertrösten. Ja, Sissi ist leider weggelaufen. Und das wird schon werden. Wir trösten sie ein bisschen. Und Ratschläge über das Vampirleben anbieten. Das passt perfekt. Das passt perfekt. Ratschläge über das Vampirleben anbieten. Weil noch ist sie ja ein Vampir. Und das kann sie ja halt auch gerade einfach nicht ändern. Zuspruch geben wir, wenn Anja gerade keine Zeit hat. Oh, sie übt hier auf jeden Fall Orgel. Schon voll weit. Das klingt voll gut. Das ist eine sehr, sehr musikalische Familie. Mal gucken, ob Sissi irgendwann wiederkommt. Wir haben natürlich schon eine Suchmeldung gemacht. Und Sims Arrows hat kommentiert Little Chaos. Vielen Dank. Guck mal. Penny ist jetzt auch nicht mehr so traurig. Sie ist zwar noch traurig, weil ich vermisse meinen flauschigen Freund. Einsam. Und weil sie düster ist. Der Beteilige hätte ich doch mit einem Gespräch... Achso, weil wir ja noch Verantwortung beibringen. Nee, beibring bitte und danke zu sagen. Okay. Wir bringen ihm auf jeden Fall ganz, ganz viel verschiedene Sachen bei. Er wird aber auch schon wieder müde. Insgesamt fünf Stunden Instrumente spielen. Wie möchtest du denn hier schon mal üben? Ich glaube, deine Schwester braucht deine Mutter gerade mal ein bisschen. Hm? Zumal es ja auch ihr Zimmer ist. Ne, Tanny? Es gibt viele Möglichkeiten, mehr Erfahrungen als Vampir zu sammeln. Du kannst im Internet Vampirgeheimnisse ergründen, die Vampirsaga lesen, mit anderen Vampiren sprechen oder sogar einen höher gestellten Vampir bitten, dich zu unterrichten. Ja, das wollen wir ja nicht. Oh, sie ist eine so tolle Mama. Sie ist eine so tolle Mama. Oh mein Gott. Oh, ich liebe euch alle so. Alte Saga-Zinn. Ne, kümmere dich mal bitte erst mal um Tanny. Info? Info? Tanny! Können wir dich eigentlich noch in irgendeine Richtung erziehen? Empathie und Verantwortung brauchst du noch. Tanny, kannst du dir Empathie oder sowas beibringen? Erziehung? Ist etwas beeinflussen? Oh. Beeinflussen zu spielen, beeinflussen zu duschen, beeinflussen Tisch zu decken. Fähigkeitenaufbau beeinflussen. Das wäre ja eigentlich ein bisschen Empathie und Verantwortung. Kannst du dir dann einfach Verantwortung beibringen? Das konntest du doch vorhin noch. Streichertagstimmung. Ah, weil Streichertag ist. Aber hier, Verantwortung beibringen. Bring immer bitte Verantwortung bei. Huch. Nein, tschüss. Dann kann ich, ach da. Bist schon on the go. Das ist ja toll. Verantwortung brauchst du auf jeden Fall. Gerade wenn sie jetzt so die Schule geschwänzt hat. Sollten wir uns darum ein bisschen kümmern. Da liegen ja Katzenhaare. Ach. Ab in den Mülleimer. Bringst du jetzt Verantwortung bei? Und hier ist eine Dusche kaputt. No. Ersetzen wir. Kalia plaudern. Bringst du jetzt Verantwortung bei oder nicht? Das Techtel-Mächtel-Gespräch für. Ne. Sie hat ja noch keinen Freund. Von daher brauchen wir auch das Techtel-Mächtel-Gespräch noch nicht zu führen. Das könntest du langsam mal machen. An normales Leben zurückdenken. Und da fällt mir ein. Ich mache hier mal auf Pause. Sie ist schon ganz enthusiastisch. Und zwar möchte ich heute ein Community-Projekt starten. Yay. Es wurde sich nämlich gewünscht, dass ich mal wieder eins mache. Und ich glaube, Tani Bray ist die richtige Kandidatin dafür. Weil es wurde sich auch in den Kommentaren gewünscht, dass sie sich in einen Bad-Boy verliebt. Story-Idee. Ein Bad-Boy ist in der Schule. Und alle Mädchen stehen total auf ihn. Und Tani hat sich halt sehr zurückgezogen. Und interessiert sich eigentlich nicht so für ihn. Weil sie halt durch das Vampir-Dasein eher mit sich selber zu tun hat. Und durch das Mobbing in der Schule. Aber gerade das findet der Bad-Boy interessant. Und nähert sich Tani eventuell ein bisschen an. Das heißt, ihr dürft den Bad-Boy erstellen. Okkulte Form ist egal. Kein CC. Alle Packs erlaubt. Schreibt unbedingt eine Geschichte mit in die Story. Also, mit in die Story. Mit in die Beschreibung. Aber alle Regeln dazu findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Da habe ich sie nochmal schriftlich aufgeführt. Und ihr könnt nicht nur einen Bad-Boy hochladen. Sondern auch einen besten Freund. Das heißt, ihr dürft zwei Sims erstellen. Aber bitte in zwei getrennten Haushalten. Nicht zusammen hochladen, sondern einzeln. Und da habt ihr auch komplett freie Wahl, wie das dann aussehen soll. Jetzt Zeit habt ihr so ungefähr zwei, drei Wochen, denke ich mal. Bis wir wieder hier bei Kalia in der Familie spielen. Und dann spinnen wir so die Geschichte von denen. Und ich freue mich sehr darauf, dass wir wieder ein Community-Projekt haben. Und dass Tani auch mal ein paar Kontakte bekommt. Ne? Ne? Oh, Kalia ist so sauer. Du bist ein alter Hitzkopf. Eigentlich müsstest du das ablegen. Süß. Kannst du ihn nicht hier auch irgendwie unterstützen? Ne, nur zuschauen. Das ist schade. Gefühl vor Spielen, Konzert geben. Ne. Schade. Aber du könntest auch mal duschen. Du hast halt erst mal von duschen und aufwischen. Und dann musst du hier auch nochmal deine Tetrabugs trinken. Ein paar mehr, glaube ich mal. Und Tani hat auch schon wieder Durst. Und die hat schon wieder nichts. In ihrem Inventor. Hier, du kriegst die hier. Ah, nein. Das war falsch rum. Hier. Müsst du leider hier mal essen ein paar. So. Tani ist jetzt am Lernen. Die muss sich erst mal ganz viel mit Plasmafrüchten füttern. Die Erwahl ist am Schlafen. Wir müssen ja auch bald wieder zur Schule. Und die beiden, oder den beiden, gönne ich jetzt ein bisschen Zweisamkeit. Der endlich gewirrt hat das mal nicht. Deswegen können sie endlich mal den Whirlpool hier einleiten. Wir können das Knoblauch auch bald mal ernten. Und das lasse ich aber erst mal, weil wenn sie das im Inventar hat, dann findet sie das, glaube ich, nicht so schön. Ach, schön. Müsst ihr auch ein bisschen Pärchenkram zusammen machen, ne? Vielleicht geht ihr mal zusammen ins Kino. Können wir so einen Familienausflug ins Kino machen? Oder was haltet ihr davon? Für heute war es sehr viel Erziehung. Wir haben das ganze Wochenende, wow, durchweg an den Kindern rum erzogen. Und Tani ist schon ziemlich gut, weil sie muss ja nicht schlafen. Deswegen hat sie jetzt schon Level 7. Tja, aber ich kann die Geige echt nicht mehr hören. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich bin schon sehr aufgeregt auf euer Community-Projekt. Und, ähm, ja. Heute war wirklich sehr, sehr viel Kindererziehung. Und deswegen schneide ich wahrscheinlich auch größere Passagen einfach raus. Damit, weil es einfach sonst langweilig wäre. Ich finde es schade, dass Cici weggelaufen ist. Und ich höre schon in den Kommentaren wieder, ja, dann muss ich auch um die Tiere kümmern. Dann laufen die nicht weg. Doch, die Tiere laufen trotzdem weg. Und denen ging es gut. Denen ging es gut. Die haben alles, die hatten Aufmerksamkeit. Denen ging es gut. Aber die laufen halt manchmal weg. Ich weiß auch gerade gar nicht, welche Charaktermerkmale sie hat. Weil wenn die das Merkmal Freigänger und sowas haben, dann laufen die halt einfach mal weg. Weil das einfach eine Charaktereigenschaft von den Katzen ist. Oder von den Tieren. Die Hunde können das ja auch kriegen. Freigänger, glaube ich. Ja, auf jeden Fall würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, wenn euch die Frage gefallen hat. Und über ein Abo, wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt. Und, ja, wie gesagt, schaut unbedingt unten in die Videobeschreibung für alle Infos zum Community-Projekt. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.